So, es ist jetzt 17.10 Uhr. Es ist jetzt der 3. Oktober 2010 und hinter uns ist der Atlantik. Ake, komm mal her! Weib! Gehorche! Macht das Video doch keinen Spaß? Da sind doch rote Bleiben. Das ist die andere Irre, die wir hier durch den Afrika reißen. Hallo, ich bin jetzt, hallo. Bin ich in die Kamera lächeln? Ich lächle. Nicht genug. Ja, tschüss. Oh, guck mal, da ist noch der letzte rote Berg. Ach, der letzte rote Berg ist da auch. Naja, okay, da ist auch viel rot hier, ne? Ja.